du hast mich verarschen lassen folgt ich voll genutzt der penner so wird es zurückbekommen denkt auch schon wieder in der kante fest gegen ständig alle in der kante fest wie dumm sind die viecher eigentlich sicherheit alle die kante er war super oder nicht durch wirst du wie jetzt so das meinst du was erwartet mich hier noch eine tür weil zum druck hast du ja überhaupt keine wege auf die noch gehen kannst oh gott großer gott natürlich triffst du mich egal ich kann mich aufladen jetzt kann es wieder normal weitergehen jetzt kann ich wieder rücksichtsloser spielen das war nicht so ganz geplant das war auch nicht so ganz geplant so jetzt kann ich auch wieder den kommen ich bin da richtig hoch so kann ich auch wieder den reservetank auffüllen das ist nicht so geplant ich kann mich diese bomben gar nicht hoch schießen lassen das ist ein fake bomben nicht so über aufgeladenen tatsache sind voll die fakes das könnte auch kaviar sein oder froschleif guck mal wieder her damit ich die die screw attack wäre wirklich sehr praktisch gewesen habe ich gesagt aber anscheinend machen wir jetzt erst ridley bevor wir zu screw attack kommen ich würde einfach die über eine braune tür aufhalten das kann auch sein sowas kommt so sehr nach und kommen wir zwei kugel sind sehr nach anlauf nehmen auch deswegen nehme ich einfach mal noch von töten alles was mir den weg kommt fast moment stirb geht auch so oder speed buster ist auch noch dank als dein allerbester fester freund so hier rein wir landen bei bist du denn bitte nur keine ahnung bei einem brauntür landen jedenfalls hatte oh jetzt muss ich komplett durchschießen habe ich keine super misshalte wir haben müssen das reicht jetzt schon mal ich möchte ich hier kann man noch einfrieren ich möchte mal schauen was da oben ist doch noch so eine schöne farbige tür okay dann landen wir mal auf dann verdichten wir die halt so daneben nicht was ist das denn jetzt bezahlen gewöhnt ich hab's auf einem bestimmten kanal gelesen sagen wir mal so was machst du ich würde mich schnell da durchschießen an deiner stelle was machst du ich versuche gerade so nicht du bist nicht allein das hat ein spaß mich da durchzuschießen vor allem weil das wieder irgendwie unsterblich ist ich wette man kann es nur mit einer supermissile töten ich wette man kann es nur töten mit einer kombination aus allen beams mit eis na komm ich hänge erkannte fest so du dich da rein moment bin ich jetzt drin ja moment du hast das vierte abgeschlossen ist klar ne ich weiß ja jetzt hast du eine supermissile zu wenig achso ok das war zu hoch gesprungen so adios supermissiles schau mal was hier drin ist ach gut nur die mini version ich hab auch ganz und gar nicht viele wege oder so offen ne nur ungefähr 17 oh oh immerhin ist der weg schon abgeschlossen für zwei ih geh weg mal sehen konnte hier irgendwo nö 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 das machst du? Warum hätt ich dich davon verarschen? Ich wollte sehen, ob da vielleicht noch was anderes drin ist. Moment, das da. Nein, da ist auch nichts. Da, geh weg. Da, geh weg. Demokugel. Okay, sonst auch nichts. Okay, dann bleibt nur noch ein Weg. In diesem Raum jedenfalls. In den drei Millionen anderen Räumen sind da noch mehr Wege. Nein. Einfach durch, ich hab jetzt keinen Bock auf dich. So, hier. Autsch. Gut, dass mir wenigstens diese Schildkröten nicht allzu viel abziehen. Och Gott. Auf, auf. Geht doch. Ist unter mir noch was? Nein. Gehen wir rein. Was zum Teufel? Da blieb meine Rückspultaste irgendwie ein bisschen hängen. Hier wollte ich nicht rein. Aber die haben mir wenigstens wieder Supermissiles gegeben. Und jetzt lade ich mich hier erstmal auf. Zeig mal die Karte, wo es wirklich ist. Ist er nicht links? Ich glaube jetzt hier bis ich voll bin. Oh Gott. Ja, ab und zu muss man sich noch ein bisschen heilen. Jetzt habe ich wenigstens meine Supermissiles voll. Das ist ja das Wichtigste hier in diesem Gebiet. Ich bin schon wieder fast voll, sehe ich gerade. Jetzt möchte ich noch hier den Reservetank voll machen. Der dürfte jetzt auch voll sein, ne? Ja. Einmal noch. Der Vogel hat mir wieder gerade 300 Millionen abgezogen. Au. Au. Füllen wir uns hier nochmal ein bisschen auf. Wir sind ja noch mehr von diesen Viechern da. Boah, Vogel. Ist ja gut. Wie verletzt du denn aus? Hallo? Stirbst du auch mal? Danke. Das ist ein Blauer. Töte den Blauen. Ich bin nicht so anti-blauistisch. Haut drüber. Ach komm. Moment. So. Ich lande wirklich gleich bei Ridley. Ich sehe es schon kommen. Und das sieht ziemlich creepy aus. Au. Äh. Äh. Ich möchte nur mal sehen, wie viele Wege sind hier in diesem Raum. Lass mich raten, da geht es noch weiter runter. Ist ja so klar. Gut. Wir haben in diesem Raum fünf Wege. Zur Auswahl. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal alle alphabetisch durch. Dieser Raum fängt mit A an. Deswegen gehen wir hier rein. Mhm. Da, Vögel. Kommst du wieder Ridley näher? Ich glaube schon, dass ich ihm näher komme. Zeig mal. Ein bisschen. Da. Geh weg. Ich spring einfach durch. Das Gebiet sieht gerade aus, wie das aus dem ersten NES. Bei Ridley dann auch, oder wie? Ja. Leck mich. Dem, 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 dem. Ich kann ja mit Sicherheit nicht durch, oder? Warte mal gucken, was da drin ist. Sogar Super Missiles. Wir müssen aber eh gleich beenden. Wir werden nicht schlafen. Hm. Gut, dann kann ich auch wieder rausgehen, wenn da eh nur Super Missiles sind. Dann schauen wir noch, was hier ist. Ich glaube, unten bei der Speicherkamme können wir dann Schluss machen, wenn wir uns alle Räume angeguckt haben. Das klingt... Wow. Bis eben bin ich noch jedem Vogel perfekt ausgewichen. Dann fliege ich in einen rein, weil ich es gedacht habe. So, wo geht das denn jetzt noch lang? Noch mehr Wege, oder? Oh, ich komme wahrscheinlich einfach nur beim unteren Gang raus. Tippe ich jetzt einfach mal. Ne, wo bin ich? Wo bin ich? Boah. Das ist echt scheiße, wenn sie unsichtbar ist. Ja, Samus. Weniger unsichtbar und mehr besser springen. Die vier geben aber immer Powerbomben. Die will ich haben. Gebt mir eure Powerbombs. So, und darüber. Nein. Nein. Nein, nein. Nein. Nein, 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 nein. Das war ein sehr schmerzhafter Weg, muss ich sagen. Jupp. Dann bleibt noch der eine Raum. Vielleicht, vielleicht führt der oben zum, zu der Supermissile. Der sieht aus, als ob wir nach oben gehen. Doch nicht. Schade. Das wäre der letzte Raum, der nach oben ging. Wow. Wow. Ich komme hier nur mit vielen Schmerzen durch. Dieser Weg ist verbunden von Schmerzen. Wo bin ich? Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird feurig und Eis. Oh ja. Dieser Weg wird von Yannis sein. Hm. Ich weiß, wie du da hochkommst. Ja. Moment. Natürlich kann ich mich hier auch nicht in ein, äh, wieder normal verwandeln. Na. Lass mich groß werden. Na, 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 na. Wow. Du bist doch ein Dödel. Na, 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 na. Nochmal, Rage-Mode. Da irgendwo habe ich den. Ja. Random Button Mashing for the win. Da. Geh weg. Geh doch noch. Geh hier durch. Ja. Vielleicht komme ich dann wirklich da oben bei der Supermessal raus. Die möchte ich gerne noch haben dann. Wow. Wow. Ich möchte nach oben, nicht nach oben. Ich komme einfach nicht nach oben. Weil ich ständig unsichtbar werde. Hallo. Gehst du mal weiter? Leckmus. Oh, Vögel. Einfach durchspringen. Ja. Hallo. Supermessal. Nochmal hin, zwei Stück. Ja. So, jetzt muss ich aber den ganzen Weg wieder zurücklaufen, ne? Weil ich kann hier nirgendwo eine Bombe legen und sowas. Ne. Laufen wir wieder zurück. Und dann gehen wir da unten speichern. Nein, geh raus. Nein, geh raus. Nein, geh. Boah. Wie ich schon wieder fast tot bin. So. Hier schnell durch. Also muss ich da wieder hoch. Aha. Na gut, jetzt kann ich aber auch so da hoch. So. Mittlerweile kann ich den Sprung auch ohne Slowdown. Ich merke's. Dass ich mich im Sprung in den Ball verwandele. Das habe ich in den Hexen ein bisschen geübt. Ich stehe einfach durch die Säure. So, Pech. Zack, zack, zack. Wie nah sind wir, wenn du jetzt gleich hier unten an der Säule stehst? Geht der durch? Moment. Ne, okay. Ähm. Na, würde ich sagen. Ich möchte mal kurz da reinschauen. Wie sieht's denn hier drin aus? Geht's denn? In welche Richtung geht das vor allem? Weiter. In alle Richtungen. Dann würde ich sagen, wir speichern hier und machen erstmal Schluss weiter. Okay. Und nehmen beim nächsten Mal wieder ein bisschen was auf. Oh yeah. Boah. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.